Hallo Leute, wir sind heute im Heide Park, aber leider bin ich mal wieder zu doof gewesen, irgendwie mikrofontechnisch irgendwas aufzunehmen, weil ich meinen Selfie-Stick angeschlossen hatte und dadurch hat er meinen Selfie-Stick als Audio-Gerät erkannt. Und deswegen gibt es heute nur eine Ansprache. Ich könnte das Ganze jetzt nachvertonen, was ich aber nicht machen werde. Es ist nämlich nur, ich glaube, zwei Szenen, die fehlen. Die eine werde ich wahrscheinlich nachvertonen, weiß ich aber nicht, muss ich gleich gucken. Ich hoffe, euch gefällt das Video, es ist mal was anderes. Schreibt mir eure Meinung runter. Es tut mir auch leid, dass ich nicht in den Fahrgeschäften filmen konnte, welches das ganze Video so ein bisschen kaputt macht. Ich habe in zwei Fahrgeschäften gefilmt, in denen durfte ich das, im Rest durfte ich das nicht. Weiß ich nicht wieso, ist so. Ich hoffe, es gefällt euch, wenn nicht, dann ist es halt nicht so. Lasst mir ein Feedback da, Daumen hoch, Daumen runter, was ihr meint. Und ja, viel Spaß. Wenn das aufhört, setzen die Frauen mit dem Kreischen ein. Oh nein! Moment, noch nicht rein. Das muss so laut sein nachher, dass die Leute auf der anderen Seite, meine Kollegen wissen, was da ist, jetzt läuft unsere Linderpilz. Ja? Also, wir üben das jetzt einmal. Einmal Kreischen, jetzt! Also, der nickt, ich gehe davon raus, da ich nichts mehr höre, dass alles richtig gelaufen ist. Ja? Wenn wir das haben, das Um und das Kreischen, kommt ein Countdown. Den Starten über den Zehn. Wir üben jetzt nur mal die Zehn und die Neun. Achtung, Zehn! Ja, klasse, wir bleiben nicht raus. Das ist ein magisches Tor. Mitmachen, Achtung! Ich sage Zehn und dann muss das schön laut kommen. Zehn! Neun! Du musst doch genauso festhalten. Irgendwann ist das gleich noch nicht mehr. Wollt ihr rein? Wenn wir das Tor nicht aufgehen, ist das nicht. Ich bin jetzt so richtig düste, wie jeder so ist. Drei Minuten her rein. Ich bin ja ein richtig netter Kehrleut geworden, oder? Ja, Papa. Also, das Um und Männer! Können Sie am Wetter liegen. Ohm... Das Kreischen! Das ist die Zehn! Neun! Acht! Sieben! Sechs! Fünf! Vier! Drei! Zwei! Eins! Ich glaube, wir sind in den Kommen, Mädels. Ja, wir sind reingekommen, durchs Gedränge haben wir uns durchgequetscht, laufen jetzt im Kolossus. Dazu zu sagen, erstmal Vorstellung, mich kennt ihr ja sicherlich alle schon, ich bin der Florian. Links neben mir läuft die Melina, das ist die Freundin von meiner Schwester und rechts, das ist die Freundin, äh, das ist die Freundin, das ist meine Schwester. Ja, ähm, die beiden sind auch der Grund, warum wir in Heidepark, warum ich im Heidepark bin. Hat mir extra für die Urlaub genommen, nur dass ich sie da hinfahren konnte. Jetzt leiden sie dafür, dass ich sie mit auf, äh, YouTube aufnehme. Ja, mal gucken, wie sich der Tag noch entwickelt. Noch anzumerken ist, das ist Melinas zweite Achterbahnfahrt in ihrem gesamten Leben, so wie sie es uns erzählt hat. Ihr könnt euch ja mal nachher ihr Feedback anhören, wie ihr sie es fand. Kolossus rein und Sonne kommt auch raus, aber Melina hier möchte nicht so ganz. Überzeugt Melina mal, dass Kolossus nicht so schlimm ist, wenn nicht, mache ich das jetzt. Drei, zwei, eins, oh zu langsam. So, ja, Melina hat es geschafft, die lebt noch. Ja, gerade so. Äh, ja, was war denn für euch das Schlimmste? Äh, dieses erste Mal runter, weil da war das irgendwie das Bauchkribbeln am deutschen. Ne, das fand ich gar nicht am schlimmsten, sondern dieses immer wieder über die Kuppel drüber. Das ging gar nicht. Ich fand nur das erste Mal runter, weil dann hat man meistens mal, wie es läuft. Okay, also ich fand, Kolossus war halt wie immer, das Schlimmste war der Regen meiner Meinung nach. Das habe ich gar nicht gemerkt. Bergauf kam nämlich Regen und, oah. Und fand es heiß. Und für Melina das härteste war natürlich, kurz vor der Abfahrt sagen sie, ja, witterungsbedingt könnte die Achterbahn etwas härter werden. Ja. Das war natürlich das Beste für Melina, nicht wahr, Melina? Ja, aber ich habe es geschafft. Genau, sie hat es geschafft. Und jetzt quälen wir sie weiter mit dem Ditterdrakes. Mal gucken, was sie da nachsagt. Gar nichts mehr. Hallo Leute, wir leben noch. Erst recht, wir lieben. Jo, es hat Spaß gemacht. Es war doch nicht so schlimm. Das erste Schlimme war, dass die Ohren, weil ich sagte, ich geschlagen ist. Deine Ohren geschlagen hast du? Hast du Jumbo-Ohren oder was? Nein, aber du bist aber mit dem Kopf so in der Zergepacke und dann sind wir vergedeckt. Die hat Sorge, also ich fand es recht geil. Ich habe zwar nicht Angst, dass mir den Kopf irgendwo stoßen. Ja, war fast zu groß dafür. Ja, ich glaube, ich bin, die Abfahrtbahn war bis 1,95. Ich glaube, ich bin laut, da vorne, da vorne. Ich glaube, wir wollen jetzt Wasserreffen machen. Mal gucken, vielleicht kann ich da während weiss filmen, muss ich mal rausfinden. Weil, in den Achterbahn wollen wir das nicht so gerne, weil, wenn die Kamera wegfliegt, könntest du jemanden helfen. Aber gut, ihr könnt ja selber mal einen Heidelberg fahren und selber mal gucken, dass es ein Chaos ist. Meine Frisur ist hier nüber. Nübers-Probleme. Ja, Erste-Welt-Probleme. Willkommen, meine Sorgen-Probleme. Bei mir lieber, drei Wettbewerb. Ja, dann gucken wir mal, was uns so beim Läften herrscht. Melden mich mal, wenn wir uns durch die 3-Stunden-Schlange geschlagen haben. Tschüss. Ja, wir sind jetzt im Wasserrafting. Ja, irgendwie schon. Mal gucken. Ich bin der Schwerste, ich werde am Nassesten. Schön, dass man hier filmen darf. Der Typ hat gesagt, klar, film ruhig. Wenn sie weg ist, das ist dein Problem. Warum fahre ich rückwärts? Warum nicht? Einer muss euch das machen. Der zweite wäre ein Rücken. Juhu! 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 Oh nein, nein, nein! Juhu! 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 Oh Gott! Juhu! 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 Nie wieder! Juhu! 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 Ich bin nicht imposant, ich bin imponass! Juhu! 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 Aber ich muss sagen, die im Rassiland ist geiler! Heure, Hijuu! Juhu! 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 Ja, das ist der Berg! Juhu! Ja, das ist der Berg! Juhu! Juhu! Hier gehe noch ein Berg! Weiß ich nicht! Ich hoffe! Juhu! Juhu! Das ist generell?! Juhu! Ah-ah! Juhu! Eine einfach Stadt! Hé?! Juhu! Ich glaube, die passen da nicht rein und das wird das beste Video ever. Guck mal, unsere Nachbarn sind auch anders geworden. Nein, 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 nein. Okay, Lars, 1-0. Oh, jetzt tritt sie aber. Einzige, was das teilt ist, ist es rabiat. Oh, jetzt kommt die Action, da ist die Strömung. Guckt euch diese gewaltige Strömung an. Oh, Platsch. Aber Franzi, deine Haare fliegen schon wieder weg. Nein, nein, nein. Nicht alles auf mein Handy. Eigentlich stand da oben keiner und hat mir Wasser gespritzt. Oh, nochmal eine steile Abfahrt. Also, sie ist länger als im Rassi-Lang. Ja. Aber ich glaube, ab der Waden machen wir noch mehr auf dem Rassi-Lang. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt kraten. Okay, wir haben das jetzt an der Rassi-Lang. Ja. Also, falls es jemanden interessiert, ich bin auch nass. Nein. 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 Naja, das hat sich jetzt gerade auch geändert. Oha, hier ist, hier ist brutal. Nein. Oha, das war's aber aus dem Jahr. Feedback ist schon was. Die Medien sind was. Es war mal eine schöne Entspannung nach der Serbärchen-Kolossus. Aber die Kamera ist auch massiv gerade. Ja. Äh, tschüss. Und da ich da sicherlich drinnen nicht filmen darf, könnt ihr es euch jetzt mal angucken. Jetzt hängt man da, so. Um gewisse Zeit. So hat es die Waden. Vielfalt. Begeisterung. Ja, Berlina lebt noch und wir haben noch jemanden gefunden. Kannst du dir dir noch vorstellen? Ja, ich bin der Schuppe. Hallo. Das ist Franzis heimlicher Freund. Heimlich, nein. Wirklich. Und den haben wir auch noch gefunden. Nee, noch nicht weg. Nein. Sag mal hallo. Nein. Ich bin alleine. Hi. Genau, Berlina ist irgendwo dahinten und die lebt noch. Und ja. Noch. Entschuldigung. Jetzt grüße ich sie zu Hause. Das ist die Methode. Denn jetzt kommt Flug der Dämonen. Und. Haben wir uns verlaufen? Nee. Mal gucken. Jetzt wird es nass. Hi. Gib Gas. Was? Ich melde mich, wenn man am trockenen stinkt. Also die Durchzählung hat ergeben. Wir sind immer noch drin. Ist auch nicht. Haben noch alle Körperteile dran. Jeder. Zehn Finger. Zehn Zehen. Ja, wie gesagt. Ach so, ich muss falsch sprechen. Ja. Jetzt spielt das Wetter wieder mild. Entschuldigung. Ja. Sonst sein. Die Fahrt über war es auch immer schön, was ich total super finde. Die Fahrt war es total lustig. Und die ganzen Männer wollen mit mir nicht ins Cream reingehen. Ja. Ja, ist so. Du willst doch auch nicht. Gibst du. Nein. Ach so. Wir gehen jetzt in Limit. Wir gehen jetzt erstmal durch. Erstmal Limit. Limit ist das Ding, wo du mit den beiden treffern bist. Oh ja. Ach, der ist besser. Die fahren langweilig. Ja, was ist das? Jetzt habe ich echt gereicht. Das ist nicht Limit. Limit ist geiler. Ja, nicht klar. Aber was hast du denn? Achterbahn. Ja. 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 Ich muss mal ihn selber tragen. Echt mal. Wir brauchen nochmal einen Packnäsel. Was? Was? Ne, sehr gut. Du wirst heute sehr begeistern, oder? Total. Ja. Ja. Ich muss mich erstmal wieder berühren. Also so schön war der drauf. Ja, das war meine erste Achterbahn. Erste Kurve da. Erste Kurve da. Ein bisschen. Ja. Mal gucken. Ja. Da vorne ist auch schon dein Limit. Dann gehen wir jetzt ans Limit. Und meine Witze werden auch immer flacher. Ja. 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 So kann man es auch machen. Mal gucken, ob wir alle überlebt haben. Ja. Wir machen ihn mal vorher nachher. Eins. Zwei. Melina ist schon weg. Die Kurve? Ne. Ich glaub, daraus wird nichts. Also tschüss. Tschüss. Hallo Leute. Guckt mal, wer überlebt hat. Hallo. Ja, war voll cool. Er hat sich verschissen. Und wie wir immer Glück hatten, hat man sogar überlebt. Im Trocknen. Ja. Im Trocknen. Ja. Jetzt hat Melina gesagt, sie will den Begriff. Melina hat das gesagt. Das wird jetzt der Hammer. Ja, aber der Begriff ist ein bisschen blöd, weil wir dann mit den Frauen die ganze Zeit neben schießt. Mein Limit ist tatsächlich so ausgegangen. Mit Melchinschreiben hättest du den in dir? Nee, jetzt nicht. Genau den. Melchinschreiben. Ja, genau so. Du bist so laut. Geht auch ohne Stimperzette. Da wird auch alles dran. Ja. Ja. Du hast so ein bisschen Angst, so bei der mancher Kurvenführung, dass du mit dem Füßen am Stang hängen bleibst. Das haben sie richtig geil gebaut. Jetzt ist es so, so spiral. Wir haben mich so gesehen. Jetzt kannst du meine Brille gehören. So, dann setzen wir noch ab, damit man gar nicht... Ja, ne, ich würde nicht so schreien. Was ist denn hier? Ja. Passt auf, es geht schneller runter als man denkt. Ja. Ja. Wenn es war, habe ich angefangen. Der ist auf mich, und dann lachst du. Alter, ich hab... Wenn es hier oben kommt, dass ich nicht stehe. Ja, voll gut. Ja, ich stehe gar nicht. Da wird noch nichts zur Achterbahn, wirst du? Ja. Das kriegen wir heute noch hin. Wir können alles normal fahren, also unbegrenzt. Ja, ich stehe voll davon aus. Das ist jetzt sehr gut. Das ist Zirkus. Hier waren wir noch mal der Gastkarte. Ja, ich stehe. Ja, ich stehe. Ja, ich stehe. Das war wirklich das Weiße Haus sein. Ich weiß nicht, wie heißt der? Das hier ist, glaube ich, hier vor mal der Mississippi Dampfer. Wolltest du einen Kaffee helfen? Was ist denn das für ein interessanter Laden? Ja, das sieht nicht aus wie eins. Nein. Ja, das hab ich schon mal. Ach, wer? Ja, hier gab's mal den Mississippi Dampfer. Da ist das für ein Haar. Das ist irgendwie langweilig. Das ist wie eine Kinderabendung. Das ist wirklich gut. Wenn du Pech hast, hast du einen Tara. Der fährt dich achtmal hintereinander dadurch. Jaaaah. Jaaaah. Oh, bitte lass uns Pech haben. Nein. Jaaaah. Vielleicht nochmal? Einmal. Ich werde Angst um sein Handy. Ich? Deswegen. Ich frag gleich mal, ob ich Big Blue filmen hab. Ja, Big Blue. Ja, Big Blue. Mach's einfach. Naja, der ist verhauen. Ja, teilweise haben wir Angst. Ja, ich weiß. Ich frage lieber nach dem Manöver im Mobietark, wo sie extra kurz zur Fragengeschäft angehalten haben, um mir zu sagen, dass sie die Kamera wegsteckt. Echt jetzt? Jaaa. Nicht wahr, Franzi? Dafür durften wir nochmal fahren. Dann durften wir nochmal von vorne starten. Ey, dafür haben wir echt ein Talent noch machen. Ja. Das hat Franzi auch schon geschafft. Dafür durften wir zwei Rücken fahren. Ja. Aber dann ohne Wenzel. Ja. Ja. So, Franzi, in der Schiffschocken geschrien hat permanent. Ich will hier raus! Ich will hier raus! Ich will hier raus! Ah, da war ich noch lecker. Ja. 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 Mal gucken, ob das überlebt, oder? Überleben was? Was denn? Das hier? Ja. Überleben ist wahrscheinlich kein Kram. Ja. Es gibt hier, glaube ich, einige Leute, die heute Abend kaiser sind. Ja. Ich nicht. Ja, ich auch nicht. Nein. Ich tanke zwei Stunden oder so stein im Gartenkreis. Ja. Nö. Also, morgen wird das nichts mit Let's... Übermorgen wird das nichts mit Let's Place, wenn ich wieder heiße. Ja. Hallo, ich hab geschrien wie sonst. Ich auch. Und dann hab ich gelacht. Da hab ich sehr geschrien. Wenn wir wieder gelacht haben, haben wir geschrien. Ja. Ja. Wir haben ja Zeit. Kratisch. Ist doch jetzt die Stunde. Sind wir jetzt ja? Ja. Vielleicht musst du kurz den Schlussschauen. Vielleicht hast du das auch zu sagen. Ich durfte auch mal bei Kollaufs im Dachsitzel mal laufen. Ja. Weil wir die Letzten machen. Fünfmal im Maximum. Untereinander. In einem Rutsch durch, ey. Was? Kannst du gar nicht mehr. Ja, es dreht sich immer alles. Ja, tut's auch. So. So. Hinten lassen, ne? Können wir uns mal beeilen? Ja, können wir machen. Ich zeige den Leuten, den kannst du gescheißen. Das haben wir uns angetan und sind uns heute noch mal dran. Ich bin jemand anders geworden. Ja, wird auch noch nass. Wobei hier erst die Spitzwasserzone anfängt. Ja, oh Gott. Wartezeit. Unter 10 Minuten. Unter 10 Minuten? Easy. Unter 10 Minuten. Welches Kamerastell ist sonst unterseit? Guck es dir an. Oh, ich glaube ich muss jetzt ausmachen. Tschüss. So, alle noch da, die haben auch überlebt. Wäre ja auch kalt oder nicht. Ja, deswegen ja. Ich glaube, ich bin der Einzige, der so ein bisschen Kopfschmerz da reinzieht. Da vorne. Meiertal. 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 Ich glaube, das ist alles nix. Siehst du aus, ob du da jemand fährst. Ich glaube, da fährt man dann. Vorhin haben die recht lange Stehzeiten gehabt. Also immer 10 Minuten zurückgefahren. Die beiden nehmen auch noch. Irgendwelche Schäden davon getragen. Ja, ein rotes Ohr haben und so. Wollt ihr das andere auch noch roten hatten? Nee. Deswegen ist das gleich noch. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich mir beklugt mal Harnlos einfach gestehen. Ich könnte auch schon hören, das waren mal mehr Loopings. Waren sie mal drei oder noch? Nein, ich auch. Er war mal sieben. Wahrscheinlich war da auch noch einer, wo er jetzt nicht gerade ist. Nee. Nee, noch nicht. Ich weiß nicht. Na, der war da schon immer. Einfach mal für alles größer. Ja, ich meine, die haben auch eine ganz schöne Menge an den Frageshop abgerissen. Ja. Nee, noch. Da haben mich fast in die Flanina geschlagen und da dachte ich wäre jetzt so... Nee, die fahren doch! Die fahren doch! Wir kommen nämlich zurück, nachdem sie mich alle fast zum Kotzen gebracht hätten ... und die mich hier durchs Mayatal gejagt haben Und du wolltest das alles machen! Wer sagt das? Wenn wir gerade Mittag gegessen haben, bewegen wir ein Tritt zum Scream und gucken mal, wie viel wir fallen können. Und wie lange ist da häufig die Kosten von oben bis nach unten? Ja, echt. Dauert. Ja, ich werde mit der Kamera einschlagen. Es sind immer nur die Schläge, die es verdient haben. Ich habe gesagt, alle sind jetzt dabei. Ja, wir warten auch früher. Okay, ich glaube, das wird der kleine Männer runter. Was? Scream. Die Mädels gehen im Screamy und wir gehen im Scream. Wobei, wir schätzen gar nicht. Wir gehen im Miniscream. Hey, er geht mir nur zu den großen, haben wir uns gerade überlegt. So, wie geht's denn mit deiner Beule? Mit deiner Beule? Geht's ganz gut. Welche Beule? Haben wir was verfasst? Es hat ja früh geregnet. Da bin ich denn so gegangen, war auch bei meiner Laterne. Halt doch! Nee! Straßenschild los! Ja, warum nicht! Kein trauriges Gesicht ziehen! Ja, kein trauriges Gesicht machen! Der Scream zieht die Muskeln nach oben! Muss danach ein Bild machen! Ja, vorher und danach. Mal gucken, wie wir dann auch sehen. Währenddessen darf ich leider nicht. Das würde ich auch das machen. Ja, also... Also runterkommen tut's auf jeden Fall. Du bist halt verwandelt. Ich hab ne Actioncam mit extra. Deswegen... Die Frage ist, was kommt zuerst an? Du, die Kamera! Wenn wir dann nachher nochmal... Wenn wir dann nachher nochmal zum Wasserresten gehen, dann gibt's nochmal ein Video wie wir filmen wie Wasserresten, oder? Ja! Beim nassesten wird! Und mein T-Shirt-Contest! Ich weiß schon, wer verloren hat! Was? Auf welcher Zeugen? Von der Wegsauigkeit kein weißes T-Shirt! Was ist denn da T-Shirt, hä? Ich hab noch ein Reserve-T-Shirt mit! Kein Merk, haben wir noch ein Reserve-T-Shirt! Das wäre für dich das nicht genau. Ich steck mal auf, ja, Frau Brüttlösch! Ja, mal guck, wir melden uns mal, wenn wir oben auf uns trinken. Ja! Gerade rundum Blick machen! Bis nachher! So! Hallo Leute! Wir sitzen schon wieder mal in der Resting-Bahn. Ich glaube, das einzige Fahrzeug ist jetzt, wo man so wirklich filmen darf. Aber dies war zu fünf! Das ist eine, mal wieder, sehr rabiate Fahrt. Mhm. Bist du da noch, wo auf einmal diese Welle im Boot geschwappt ist? Oh, ein Zweisitzer kommt hinter uns! Boah! Oh, Mann! 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 Oh. Oh, Mann! Wahnsinn! Keine Rückwärtsfahrt! Ach, dann sitzen bleiben! Warum sollte man denn hier aufstehen? Kannst du ja versuchen! Merk! Oh Gott! Oh, Mann! Jetzt ist das! Uh! Und alle sind 30 Schuhe. Wieso schon wieder ich? Oh nein, nein. Das Paddeln. Ja, ja, eine sehr entspannte Botschaft. Die da hinten machen sich auch entspannt. Fuß auf den Ring. Beide Sonnenbrille auf. Oh nein, nicht schon wieder. Oh nein, das steht da oben noch jemand. Ich glaube, dass es auf der anderen Seite keine gibt. Ja, gut, dass ich kein Handy nackt habe. Ja, das wäre jetzt immer hart. Ja, das so. Ey, aber jetzt will ich sagen, wir haben wirklich mehr Wasser im Boot. Lass mal gleich noch eine Runde drehen. Ja, bitte. Guck mal, wer uns fotografiert, wird gefilmt. Guck mal, wer uns fotografiert, wird gefilmt. Wir wollen noch eine Runde. Wir wollen noch eine Runde. Einfach weiter. Sicher, dass ihr euch das akzeptieren wollt. Ja, das stimmt. Ja, das ist schön, dass frisch ist. Ja, eigentlich geht er noch. Ja gut, wir steigen hier jetzt erstmal wieder aus und wieder ein und wieder aus und wieder ein. Mal gucken. So, wir sind die drei Überlebenden, die sich jetzt wagemutig in den Scream reinwagen. Ja. Ja. Ich glaube, diese Runde wird unsere sein. Ich freue mich gar nicht. Ich freue mich gar nicht. Konfrontationstherapie. Also, das sind so... Ist ein paar Meter, so 71. Wie hoch ist Kolossus 61? Weiß ich nicht. Nicht so gut. Ja, aber das ist quasi nichts anderes, oder? Doch. Mal gucken. Doch. Das ist jetzt mein wahrscheinlich letztes Video. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Wir haben geguckt. Ich habe jetzt einen Puls von 130. Mal gucken, was danach rauskommt. Das ist stürmisch, denn wir stehen in so einem Megafirn. Da wir uns gerade, geiles Idee ever, in eine Wasserschlacht gelassen haben. Firmstil. Also, ich fand die Idee gut. Bis wir drinnen fassen. Bis wir denn nass waren. Bis wir von Ausschlacht gemacht wurden. Wenn man die Ziele getroffen hat, wurde man nass gespürt. Ja, jetzt sind wir wieder... Also, ich bin natürlich trocken. Echt? Ja. Warum hab ich das aufgeschlossen? Warum? Ist das hier aufgemacht? Nein. Da vorne werden wir sind und trinken. Da sind Sachen andersrum. Also, es gibt da... Wenn man mal da so guckt, da sind so ein paar Ziele. Und... Ja. Wer hat jedes Ziel getroffen? Wer hat jedes Ziel getroffen? Ich halbe. Sieht ja gut aus. Also, das kannst du. Okay, ausdrängen. Ja. Das ist ganz nett. Hat das Falt reingemacht. Ja, jetzt hör auf. Der Kling hat den Körper. Hm. Äh. Guck mal, wer trocken ist. Aber alle sind wieder trocken. Wo sind wir? Na ja, der ist nicht trocken. Ja, wir fahren mal dann in unsere Runde. Schauen und dann in unsere Scream und dann sind wir auch richtig trocken. Das muss schon. Ich dachte, du kannst auch aufs Regeln hier, okay? Ja. Ja. Wir haben die Klinge. Ähm. Aber ich melde mich mal nach, Alter. Ein schönes Mal. Hallo Leute, wir waren gleich den dritten Scream-Versuch. Der Rest sitzt auch auf dem Klo. Ja. Hinter uns seht ihr in der Zeit wunderschönes Wetter. Trocken sind wir relativ gar nicht geworden. Also, das hat sich nicht belohnt. Na guck, ihr wittert gerade. Ist ja leckweilig. Es ist leider nur noch eine Stunde parkoffen. Das heißt, mal gucken, was wir noch alles schaffen. Wir sind jetzt mit den großen Sachen durch. Wir waren im Kraken eigentlich überall drinnen. Teilweise sogar zwei-, drei-, viermal. Aber mal schauen. So, es ist jetzt ein langer Tag vergangen. Wir sind weiterhin zu fünf. Wir haben jetzt, wie viel Stunden waren wir hier? Zwölf Stunden. Zumindest nicht mit den Mädels. Ja, die Jungs nicht ganz zusammen. Von 10 bis 18 Uhr. Von 10 bis 18 Uhr. Von 10 bis 18 Uhr? Ja, Entschuldigung. Ich bin schon bloß zu berechnen. Bis acht waren wir hier. Acht Stunden. Ich dachte, der machte um sechs auf. Wäre auch geil gewesen. Wäre auch geil gewesen. Dann hätten wir jetzt aber einen Scream-Schaden. Da wären wir nämlich jetzt insgesamt viermal drin oder zweimal davon direkt hintereinander. Ich wurde genötigt. Flug der Dämon haben wir jetzt auch. Wie vielmals? Haben wir es sechsmal gemacht? Also man läuft ja länger durch diese Warteschlange, als die eigentliche Attraktion wirklich braucht. Auch wenn keiner in der Warteschlange steht, läufst du länger, als die Attraktion fährt. Melina lebt auch noch. So noch ganz gechillt. Nach viermal Dauerfahrt. Da hinten fummeln die beiden schon wieder rum. Fummeln ist gut. Ja. Wir machen noch mal Wasser. Aber nur die beiden. Nicht den meisten. Ja, was können wir denn jetzt noch machen in zehn Minuten? Los gehen. Ja. Ja. Das lohnt eigentlich nicht mehr. An der Wildwasserbahn stehen sie noch 30 Minuten. An der Monorail. Gut, warum nicht? Wir werden jetzt den Tag ausklingen lassen. Wir werden wieder nach Hause geholt. Schön. Sieben Stunden mit dem Zug. Ja. Zwei Stunden mit dem Auto. Wann fahrt ihr los? Um halb fünf. Raus. 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 Was hat euer nächster Zug jetzt so? Ja, die Uhr dreißig. Wie gesagt. Wieder zurück? Ja. Was heißt, ihr bleibt hier noch? Ja, wir zullen bis in der Stadt. Wir haben jetzt keine Unterkunftsgeführung. Au, arme Schweine, sagt man dann. Wir können euch auch mit nach Holzminken nehmen. Dann fängt ihr da und fahrt dann von Traubenauern mit. Ja. Ich glaube, da seid ihr sogar schneller mit, als wenn ihr jetzt von hier fahrt. Ja. Stefan, wir planen gerade die Übernachtung bei euch. Ich glaube, ihr seid sogar schneller mit dem Zug zu Hause, als wenn ihr von hier fahrt. Und ihr würdet die Nacht nicht auf der Straße verbunden? Habst du uns überlegt, oder Brücke? Ja, da solltet ihr dann mal gucken, wie lange man von uns widmen aus fährt. Also, ich melde mich jetzt. Ich melde... Ja. Wo soll ich mitnehmen? Kann man das mal rein sein? Kann ja bei mir pennen. Schmeiß ich dann auch um 6 Uhr morgens raus. Na ja, um 5.30 Uhr. Aber egal, ich melde mich jetzt erstmal ab. Das Video sehen meine Eltern sowieso nicht. Und ja, wir sehen uns dann wahrscheinlich Freitag wieder, zu einem normalen Mittelpunkt. Tschüss. Hallo Leute, wir haben uns jetzt auf den höchsten Punkt vom Mubipark hochgeklettert. Mubipark? Äh, Heidepark, Entschuldigung. Und wenn ich jetzt für euch hier dieses Parkgeschäft nutze, das ist ein zweites Tag, jetzt ist es mein erstes. Ja, dann gucken wir mal. Hast du ein Handy mit? Okay, wir machen Pause. Wie tief ist es noch? So, wir haben uns jetzt wieder hochgekämpft. Wagemutig stehen wir jetzt hier. So, wir machen unser nächstes Objekt. So, Ladies first. Das ist ein Wahnsinnsteil. Das ist ein Wahnsinnsteil. Hat was. Ach, ja gut. Okay. Das reicht für heute. Das ist ein Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn.